Ich hab das ja noch bei mir im verlauf, kann ich dir ja nachher mal schicken Naja Doch Naja will ich aber nicht Naja Meint euch nur nicht, ich meinst du selber echt, du bist echt krank Brauch viele Pigments, oh da sind zwei Pigments Wo ist er? Power the Pigments 25 Level hol ich schon wieder 24 Naja Ich hab auch 9 Level vorher noch gehabt, als ich dich zusammengesetzt hab Ey wo kommt das denn jetzt her? Was denn? Vom Skelett erschlagen, woher? Weiß ich nicht Na ich hab gleich die Schnauze voll hier Wie klingt er denn hier aus? Alter ist doch nicht wahr, jetzt hab ich schon wieder kein Essen drin Hä, was hast du gesagt? Das ist doch nicht wahr So ne komische Höhle gefunden Fuck Nein, Skelett Ein Creeper verp... Verpisst euch Was schlimm ist, wir haben immer mal wieder 24 Level Auch nur so Ja Aber ich kann auch nicht Ob ich noch Feuerresistenz tränke Die Creeper Die Creeper Oh mit Einschuss, gut Du 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 geil aber ich hab so viele gänge schon gegraben wie soll man sich das dann bitte schon merken immer rechts die fackel setzen so merkt man sich das bin ja andersrum reingekommen deswegen ja dann siehst du aber dass du anders reingekommen bist und das schon was aber nicht doch nein normalerweise auch meine fackel immer nur rechts dann siehst du wenn du falsch abbiegst ja was du so aber nicht ich habe sonst gehen mit dem bogen ehrlich toll brauchst du auch nur ein fall gar kein skil damit zu schießen muss ja noch schießen am meisten schießt ihr vorbei und das ist dann dein pech also schlecht ließt dann bin ich auch ich kann nicht schießen haben wir gestern auch schon festgestellt hat sich gerne mal abschießen wollte töten ist einfach so erlaubt und klauen es ist alles erlaubt klar nicht mehr weil welche zu übertrieben haben damit hätte ich auch gemacht regeln sind kein schießen kein griffen ja und kein klauen dann klauen kann kannst du jetzt nicht mehr weil er am tag gemacht hat die geschützt machen kann also das permission sind nur für dich hast ja und dass du auch passworts setzen kannst du dann andere das geben kannst dass sie ran können das ist ja auch gut und das ist gut dass er das gemacht hat finde ich weil zu anfang man ja ändert sich jetzt aber meine war dauerhaft voll tier blöcke drin und drei stecks kohle blöcke drin kohle blöcke sind sowieso geil ja weil die um einiges länger brennt ja und langsamer 80 kann es ja glaube ich mit brennen alles gemerkt die brennen richtig langsam ab naja 80 glaube ich 80 items können die machen und dann haben wir irgendwelche kaoten bei uns noch immer noch kohle hüten normal ich würde sogar blätter nehmen anstatt die blöcke mein gott wo bin ich gestorben alter da war ein loch von der drücke wenn ich mich mit doppelt das hört sich schick an ehrlich dann werden sie lauf ist ich bin ich gar nicht mit der ganze mann eigentlich komisch das ist auch bei niemand anderen oder das liegt am ts kann auch so hat er ist neun holen wir können den anderen mal sagen ich auch so wenn neun ne mag ich nicht mag ich nicht will ich nicht mag ich nicht magst du nein doch du magst das so stärketrank aber nicht dass du wirklich wieder stirbst ne ja ich bin schon wieder level 6 nur und immer noch kein kopf n es ist nervig vollkommen mit den stunden aufgenommen auch gut wenn ich so gestorben bin hier verstehe ich aber auch nicht ganz gut er noch keine ich weiß wie du es das scheiße hey zombie hey creeper ich kann ja mein glück glitsch da wie so ein komisches knochen ohne ende nein ich will doch nur wiser köpfe wiser köpfe wiser köpfe naja wenn wir auch auf dem server so ein reines bilder team er braucht sich heftige sachen bauen das ist krank ich habe wir haben ja auch schon die bilder davon gesehen was sie denn da alles noch vorhaben ist nervt es nervt es nervt ja aber ich glaube nicht dass da ein bisschen über uns der greift das kann die wahr seine kann einfach nicht wahr sein ich habe keine lust mehr ich habe auch so lange geburt um endlich mal eine köpfe zusammen zu haben obwohl ich glaube schon lange zu wenn du nicht gestorben wirst mit dem kopf dabei ja ich bin ja einmal mit dem kopf schon gestorben ja ich sag ja dann hätten alle zwei aber jetzt bin ich so stinkig dass ich jetzt gut das zweimal sterben kann ich verstehen ich weiß nicht wo das kletter kam aber dass ich keinen kopf mehr kriege das ist einfach mal einfach gespawnt kennst du doch ab und zu sparen wir haben direkt vor dir und das ist richtig aus und das passiert wir haben welche auch dafür und da ist auch ein zähler mit drauf wie viel jeder gestorben ist gibt es jemand der ich glaube jetzt schon 160 mal gestorben ist alter ja gut der macht der sechster nö der wird immer gekillt nö und da gibt es noch eine die ist auch schon so 150 mal gestorben scheiße ich weiß nicht warum man so oft sterben kann mit dem beiden bin ich auch im quatschen die ganze zeit die haben aber lange weile und ich kann die minecraft nicht spielen doch aber die gehen immer gegenseitig erlaubt na ja klar aber als ich ist das wenn da jemand kommt und ich habe heute mit einmal killt und du 30 level hast oder schön diamanten dabei aus und es war ja so ich hab jetzt ja nicht gehen weil sie 30 wird wird sie gekillt naja aber killen ist erlaubt das ist ja aber trotzdem so was ist immer assig wenn man das schafft bitte nicht killen deswegen wenn derjenige schon alles voll verzaubert hat vor allem noch da sind die leute die einfach noch mehr haben wollen das ist nichts neues ach ja 26 level hab ich toll du hast es keine Schaufe mehr dabei da ist dann oh pick mal wo kommst du denn her da kommst du runter keine Schaufel mehr Heißskelett Sterbskelett Sterbskelett oh ich hasse das wenn die dich immer zurückkicken soll doch mal meinen Bogen einnehmen aber irgendwie warum machst du es nicht hast du einen ja ich weiß oh man bin ich ewig oh du Fledermaus verpiss ich du nimmst darum 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 dann leckst du einmal kurz dann kommst du wieder in ein komisches Wyserskelett ran dann hast du schon wieder Wyserschaden hm dann trifft sich das noch einmal und dann hast du schon wieder drei Herzen nur boah mein Headset ne ich knister's grad so ein bisschen boah das nervt hast du trotzdem weitergehen ne doch ich bin grad ein bisschen angepisst dass ich keine Skelette ganz ganz glatt geförd wollte grad sagen du bist grad ein bisschen pissig ne ne das nervt schon eins der Knochen von den ganzen Skeletten da ey das ist nicht lustig ok da ist auch noch Kohle holen wir uns die auch mal müssen wir aufpassen dass auch nix kommt und die Skelette in die Hölle zu schicken geht hier nicht mhm muss ja böse raussehen die müssen irgendwie direkt spawnen ja ja leider ja das ist ja kacke 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 ja kacke 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 schon wieder ne Kohle schon wieder ne Kohle schieb dir die Kohle gleich woanders hin tsch kacke Oh tsch 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 ist nicht wahr ist ja wohl war leider weil was für ein hinker nicht hier gefunden hat meine fresse ich sag jetzt nichts nehmen wir noch nicht noch nicht ich will doch nicht hoffentlich wieder stirbst klar dass das immer nein so her and freunde diesmal nicht an die stimme meine stimme versorgt nicht durch was bringt er nicht mehr ich glaube da gibt es ganze sowieso nicht weil dann könnte ich mich noch mal ein bisschen mehr pushen ja klar ich glaube das reicht auch sogar dann gold der normale gold ja blöcke wenn er mehrere äpfel angeboten wird nicht mal mit bahn weil wenn du nicht kennengelernt das schießt ganze den körper und das gerne schallplatte kaffee noch mal ich bin aber im kreis gelaufen auch man ja box mit alles gold nehmen alles gold und feueres ist ganz dank ist alle